So bei strahlendem Sonnenschein geht es jetzt die Kandahar in Garmisch hinauf. Heute ist nicht viel los und die Technik verdanken wir tollen Ingenieurleistungen und wer mal keine Zeit hat zum Skifahren aber dann wieder ins Museum gehen darf, der darf sich im Deutschen Museum die Ingenieurskunst anschauen, gell, Wolfgang Heckel. Richtig bornig ist das heute, richtig bornig. So weiter geht, brauchen wir Tarscheisen, gell, Christoph? Da sind wir am Haus vorbei, die Sonne kommt raus und da hinten schaukt die Alpspitze raus. Da sind wir doch sogar mit dem harten, hornigen Schnee versöhnt. Schöner Blick rüber zu den wachsenen Sternen. Ein menschenleerer Gipfelhang. Mit dem Starthäuschen. Schlussspurt. Noch mal die Harscheisen anlegen. Da, drei Tarspitzen. Mit dem Starthäuschen. Und die Alpspitze mit einer Haube. Nachdenken. Untertitelung des ZDF, 2020